Herzlich Willkommen liebe Freunde zurück zur nächsten Mission der Tal des Wolfes Juwel Kampagne die Pestinsel. Let's go! Mission 4 die Pestinsel. Unsere erschöpften Männer erreichten die Insel bei Nacht. Wir entzündeten keine Lagerfeuer und hielten abwechslend Wache. Auch am nächsten Morgen waren wir immer noch allein. Doch dann begriffen wir warum. Stehende Gewässer und garstige Insekten könnten eine größere Gefahr sein als die Männer des Wolfes. Doch wir wussten auch, dass wir nicht viel Zeit hatten. Also machten wir uns erschöpft an die Arbeit. Du musst es kaufen und das musst du auch. Oh je. Manchmal sind enge kleine Burgen besser als große Weitläufige. Das ist meine Rede. Platziert euren Korn speichern, Sir. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Oh. Oh. Wisst ihr an was mich diese Mission erinnert so ein bisschen? Rennert mich voll an die sechste Mission der Hauptkampagne. Wo man auch diese Insel hat, wo man gegen die Ratte kämpfen muss. Ist fast ein bisschen ähnlich aufgebaut, muss ich sagen. Aber nur mit dem Unterschied, dass wir unten Wegweiser haben, hier einen Wegweiser haben, da oben Wegweiser haben. Wir können also aus drei Richtungen angegriffen werden. Boah. Das würde übel. Das würde übel, sage ich euch, Freunde. Hier oben haben wir Stein. Eisen haben wir ja nicht. Okay. Kleine, kompakte Burg. Besser als groß und weitläufig. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich würde mal versuchen, einfach mal auf... Ja, Obstgärten. Perfekt. So eine kleine Obstwirtschaft hier mal aufzubauen. Vielleicht bringt das ja was. So. Holz. Farmen wir mal ab. Wir können kein Pech abbauen. Das ist ja super ärgerlich. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Dass wir kein Pech abbauen dürfen. Gut, eine Waffenproduktion wäre schon sinnvoll. Ich will auch auf jeden Fall viele Armbrustschützen haben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Hm. Ich könnte auf Streitkolbenkämpfer setzen diesmal. Nennt euren Wunsch. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Schatzkammer lehrt sich. Wäre das eine eisensparendere Methode. Ich glaube, ich versuche das mal. Ihr könnt das nicht, in diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ich versuche mal, statt Schwertkämpfer Streitkolbenkämpfer zu machen. Einfach der... Der Sparnisse. Der Sparnisse. Der Sparnisse wegen. Oh, ich könnte auch Getreide machen. Aber nee, ich glaube, ich... Ich versuche mal, auf Getreide zu verzichten. Ganz ehrlich, ich versuche mal, auf Getreide zu verzichten. Wenn das jetzt hier scheitert, wovon ich jetzt erstmal stark ausgehe, dann können wir immer noch gucken, dass wir... Dass wir das irgendwie anders nochmal regeln im nächsten Try. Ich darf keine Waffen kaufen. Das ist ultra bitter. Aber damit muss jetzt klarkommen. Ey, es geht schon los. Eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Du hast keine Zeit zum Atmen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schwertkämpfer statt Pieken. Es werden Waffen benötigt, Sire. Sowas von Schwertkämpfer statt Pieken. Es werden Waffen benötigt, Sire. Kann ich die Pieken wenigstens verkaufen? Nee, das kann ich auch nicht. Oh, Mann. Okay, pass auf, dann baue ich einen Rüstungsbauer, der für die Pieken jetzt nochmal fünf Rüstungen baut und dann schicke ich den nach Hause. Okay. Gucken wir mal. Die Truppen des Wolfs greifen an. Sie haben uns gefunden, Sir. Unsere Vorposten berichten, dass der Feind das Flusshofer erreicht hat. Boah. Das wird eine üble Mission, glaube ich. Nein, die Abgabestelle des Todes. Ach, besser. Viel besser. Tja. Scheiße. Tja. Boah. Huiuiui. Übel. Wie gesagt, wie ich es schon am Ende der letzten Mission gesagt habe, ich will es auf schwer versuchen. Wenn ich merke, da gibt es absolut keine Chance für meine Skillverhältnisse, das muss man dazu sagen. Dann werde ich da auf jeden Fall runtergehen vom Schwierigkeitsgrad her. Sehr wohl. No your limits ist dann so die Devise. Steuern runter. Die Pests sogar gerade nutzen zu meinem Vorteil. Kann ich eigentlich Apotheken bauen, Gott sei Dank. Das mache ich gleich mal. Erste Maßnahme, erstmal eine Apotheke bauen. Okay. Kleine Burg. Ja, also ich habe vor, so ein bisschen hier einen Turm zu platzieren, da einen Turm zu platzieren, hier einen Turm zu platzieren. Also wirklich kompakt möglichst bleiben. Viele Türme, wo ich viele Armbrustschützen am besten drauf positionieren kann. Das wäre schon eine gute Sache. Also ich muss halt ultra auf diese Armbrustschützen-Taktik setzen, glaube ich. Ich glaube, das wird mich retten können. Alles andere wird sehr schwierig. Mann, blöder Junge, geh weg. Ich könnte sogar leichte Steuern noch nehmen. Oh, nee, nee, das war zu viel. Zu viel des Guten. Genau. Und halt auch vielleicht diese Strategie offen zu lassen, dass die Gegner halt reinkommen direkt. So, ich glaube halt wirklich, dass das halt wichtig wird. Oder wichtig werden könnte, dass das dann hier im Hof gekämpft wird. Hier kommt dann noch ein großer Turm hin. Hier. 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 Und hier. Und dann lasse ich eine kleine Eröffnung in der Mitte. Ich glaube einfach, dass das so gemacht werden muss. Das geht, glaube ich, nicht anders. So, und schön viele Ochsen hier auch, weil mir das Stein jetzt schön abtransportieren. So, okay, Steuern wieder hoch. Gut, am Geld mangelt es jetzt tatsächlich gerade nicht. Das muss ich jetzt also ausnutzen. Das heißt, ich könnte vielleicht versuchen, sogar... ...eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Pass auf, äh, automatisch Kauf immer auf eins setzen, dass immer mindestens eins da ist. So, Streitkumpenkämpfer sind besser als Lanzenträger. Oh Gott, die Armbrustbauern, die hängen ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Was machst du denn da? Hi. Was wünscht ihr? Die Truppen des Wolfs greifen an. Das geht Schlag auf Schlag. Du hast ja wirklich keine Zeit zum Atmen, krass. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, Herr. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und los, Sire. Eins. Waffen geschultert. Zwei. Ja, bitte. Okay. Sobald er die eine Rüstung abgibt, reißt ich den wieder ab, den Rüstungsbauern. Zwei. Eins. Bereits, eure Lordschaft. Zur Stelle. Okay. Wieder im richtigen Moment Time, die rauszuholen. Jetzt. Greift ja das Holzlager an. Was für eine Legende. Okay. Bis jetzt geht's noch. Bis jetzt geht das noch. Fragt sich nur noch, wie lange. Ich hab echt Angst, muss ich sagen. Aber den Steuern klappt das im Moment noch ganz gut. Also, das klappt im Moment wirklich noch ganz, ganz gut. Der nächste, der erste Turm, den ich baue, ist der hier auf jeden Fall. Das wird der erste sein. Und dann mal gucken, wo ich die Leiter platziere, vielleicht hinten rum oder so mal sehen. Aber der hier wird auf jeden Fall, das kann ich Steine kaufen. Warte mal. Geht's vielleicht ein bisschen schneller. Nein. Das darf ich nicht. Das glaube ich ja nicht. Es werden Waffen benötigt sein. Brauch auf jeden Fall mehr Lieferungen. Freunde, let's go. Ja, diese eine Schmiede, die dann noch ein paar Streitkolben mitmacht, die hilft mir ganz gut da. Aber wichtig sind tatsächlich die harnische. Holz ist auch ein Ultra-Problem, sehe ich gerade. Holz ist extrem limitiert. Da ist wirklich nicht so viel da. So, da kommt jetzt eine dicke Steinwulst. Das ist geil. Brauche ich hier den Turm. Dann schicke ich alle Schützen, die ich habe, hier hoch. Ich glaube, das ist der sinnvollere Weg. Gehe eine Treppe. Let's go. Können wir nicht lang? Oha. Die Pest hat unsere Burkhardt. Hier können die nicht lang? Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. So leichte Steuern kann ich halt Gott sei Dank trotzdem noch nehmen. Müssen da echt hinten rum? Können die hier nicht durch? Nee, tatsächlich nicht. Die dürfen da nicht durchlaufen. Ist ja abgefahren. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Brauche ich das mal so, wahr? Okay. Es werden Waffen benötigt. Ich muss halt mal gucken, wenn die von der Seite jetzt kommen, dann brauche ich ja trotzdem ein paar Schützen. Und dann brauche ich eigentlich noch hier noch einen weiteren Turm. Das wäre eigentlich nochmal geil. Oh nein, der Apotheker. Oh mein Gott, was habe ich getan? Kann er sich jetzt wieder wegbewegen? Sollte eigentlich. Es werden Waffen benötigt sein. Die Truppen des Wolfs greifen an. Jetzt kommen sie von da oben. Das habe ich befürchtet. Okay. Was wünscht ihr? Keine Lederhahnische. Mann, ich brauche mehr Lederhahnische Freunde. Oh nein, jetzt habe ich die getötet. Ärgerlich. Vielleicht auch nochmal ein neues Haus. Gut, wenn die zu nahe ankommt, kriegst du trotzdem weggeschossen. Die Pace gefällt mir gar nicht. Die Pace gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn die hier lang kommen, hier vorne lang kommen, können die auch gut abgeschossen werden. Gut, ich sage mal, die Angriffe so, ich sage mal so, überscha... Nein, meine Steine! Ohohoho, ist das ärgerlich! Mann, oh! Die Truppe des Wolfs greifen. Mann, die schönen Steine! Nochmal von da oben. Aber okay, diesmal ein leichter Trupp. Am wenigsten sind ein paar Steine jetzt mal reingeliefert hier. Sehr gut. Ich brauche hier vorne dringend noch einen Turm. Das ist noch wichtig. Alter, wie die jetzt alle umgekippt sind. Ich bräuchte echt viele, ich brauche viele Lederharnische Tafeln. Die sind gerade ein großes Problem, die fehlen in der Lederharnische. Ein paar Streitkommenkämpfer sind jetzt nicht das Problem. Wie soll das gehen? Der Feind befindet sich in der Burg. Da habe ich selber zum Glück ein paar. Ohoho. Zugegeben. Na gut, aber die werden auch ganz gut abgeschossen. Ich brauche viel mehr Harnische. Harnischmacher. Okay. Momentan geht es noch. Geht es noch? Ja, geht noch. Aber ich brauche mehr Steine. Schneller mehr Steine. Und mehr Harnische. Die Strategie ist jetzt voll Armbrustschützen und Streitkommenkämpfer. Das ist die ganze Strategie. Da könnte ich links ein Tor bauen sogar noch. Das würde passen. Eigentlich eine gute Idee. Dann baue ich hier einen Turm und hier daneben ein Torhaus. Hier, so hier. Irgendwie. Oh, ein Stein fehlt. Was? Das ist ja ultra bitter. So, jetzt habe ich den Turm da zwar, aber jetzt habe ich keinen Stein mehr, um die Leute da hinzukriegen. Egal, viele Armbrustschützen. Scheiße, ich brauche noch diese Lieferung. Oh, mein Gott, die dauern so lange. Scheiße. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die vom Süden kommen. Die Angriffe, die vom Süden kommen, sind nicht so dramatisch. Vielleicht kann ich noch mal kurz die Zinni abreißen. Die Turm des Wolfs greifen an. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Warum nicht? Im Laufschritt. Warum nicht? Warum kommt der da nicht lang? Okay, scheiße auf die Apotheke. Bereits eure Lorten. Von wo? Von da oben wieder. Aber eilt euch. Zur Stelle. In Bewegung. Wortschnell da oben diese Schützen, ne? Achtung. Achtung. Und los. Okay. Naja, die helfen mir da. Die werden da auch einiges abhalten, bin ich mir sicher. Puh. Jetzt ist die Hanusch-Produktion gut dabei. Komm jetzt wieder mehr Armbrüste hinterherjagen. Pest hat unsere Burg heimgesucht. Aber Lort schafft. Ich habe sogar vergessen, die... Ich steuere ihn wieder zu hören beim letzten Mal. Sondern dann baue ich hier ein Torhaus ein. Die Burg hat Stand gehalten. Perfekt. Okay. Und dann kann ich hier nämlich... Theoretisch auch zu machen, wenn ich will. Will ich aber eigentlich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Das macht keinen Sinn, das ist nur Steinverschwendung. Ich mache das hier nur zu. So. Da muss man ja nicht lang. Ist ja egal. Hier vorne kommt jetzt noch ein Turm hin. Und dann... Na, so hier so. Wir haben den griechenden Dörf. Wir sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Stell ich mir das noch vor. Und dann ist hier gut. Mehr, mehr passiert hier nicht. Und dann ist das hier vorne der einzige Durchgang, der dann existiert. Und alles andere war es dann. Das war es dann. Jetzt könnte ich nochmal gucken, dass ich die Apotheke nochmal neu baue. Wegen der Pest. Ist auch eine witzige Burg, die dann entsteht, glaube ich. Sehr interessante Burg. Ah, die können jetzt sogar über den Bergfried dann darüber. Ist auch nicht schlecht. Waffen geschultern. Auch nicht schlecht. Die Truppen des Wolfs greifen an. Es werden Waffen benötigt sein. Okay. Von da unten wieder. Okay. Das ist eine leichte Truppe. Das mag alles noch gehen. Aber ich muss sagen, bis dato ist die Mission jetzt noch ganz okay. Ich frage mich, wann es gleich richtig losgeht. Das, äh, da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. 25 Streitkumpenkämpfer nenne ich schon mein eigen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Eigentlich, wenn ich dann, eigentlich bräuchte ich hier noch einen Turm, damit es irgendwie vier Türme sind, damit es schön symmetrisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die werden zum Glück schon gut abgeschossen. Der Fluss hält die zum Glück ganz gut auf. Also, hier gehen die jetzt Holzfällen. Naja, okay. Wenn sie das schaffen? Meinetwegen. Nein. Wir haben den Bogner getötet. Ihr Schweine. Okay, dann brauche ich dann doch noch einen Zugang hier. Wenn ich jetzt doch hergehe und überlege ich, hier einen Turm zu bauen. Ich mache das jetzt mal. Dann brauche ich hier trotzdem nochmal Zugangsweg. So, aber dann kann ich hier auf jeden Fall mal ein paar rüber verteilen. Dann haben wir hier drüben. Dann, weißt du, wenn ich dann hier noch einen Turm habe, dann ist es so ein Viereck. Dann bin ich damit irgendwie zufriedener. Das sieht dann irgendwie besser aus. Dann ist mein innerer Monk einfach befriedigt. Das muss ich dann auch irgendwie schöner machen, damit das so ein bisschen schräger ist. So sieht es ein bisschen hässlich aus. Ja, die werden jetzt schon sehr stark vorgeschwächt. Ich mag das gar nicht so, wie die da versuchen wollen, die Tore da wegzunagen. Das finde ich nicht nett. Das sollen die mal lassen. Momentan ist das noch alles im Rahmen. Ist noch alles okay. Aber wie die hier die Ochsen und so weiter wegmachen wollen, das gefällt mir wirklich gar nicht. Vor allem die, die gerade Steine liefern. Das gefällt mir gar nicht. Die werden so gut abgeschossen hier schon. Kann ich eigentlich sowas wie eine Baumeistergilde machen? Könnte ich theoretisch auch noch machen. Ganz ehrlich, warum mache ich das nicht? Ich mache das jetzt. Ich baue jetzt hier eine Baumeistergilde. Und dann hole ich da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und besetzt diese Belagerungsdinger. Das ist ja super. So, noch 2, 3 Steinlieferungen. Dann könnte ich die Burg Donov vervollständigen. Das wäre doch super. So, hier machen wir mal ein bisschen hübsch zu. So, jetzt müssen wir hier irgendwie, diesen Unfall müssen wir jetzt nochmal korrigieren hier. 2, 1, 2, 3, 4. So, damit es halt ein bisschen ordentlicher ausschaut. Hier einen ordentlichen Übergang irgendwie gibt es. Nicht so, ja, so ein, naja. Boah. Ah Mist, aber da muss schon noch was hin. Ja. Hm. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lautschaft. Ach so, ne. Passt. Ach man, ich habe immer vergessen, jetzt die Steuern zu erheben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, so ist das schon einigermaßen in Ordnung. Oh, Junge. Schön viele Armbrustschützen nochmal rausholen. Klasse, so muss es sein, so stelle ich es mir vor. Da könnte man hier auf der Innenseite sogar noch was machen, wenn ich da jetzt noch einen Turm hinsetze. Wobei andererseits will ich ja eigentlich nur das so hier machen, dass es halt wirklich ein kleiner Zugangsweg ist. Ja, werde ich gleich machen. Ja, so. Da kommt man so noch über die Mauer an den Turm dann hoch. Das ist eine sehr interessante Burgvariante, die ich mir da schnell mal eben aus den Fingern gesogen. Aber passt irgendwie auch. So, jetzt habe ich noch Ballisten, die werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen den Rücken frei halten. So. Sind die Hanische dann doch ein bisschen übertrieben? Können wir jetzt mal einen wieder abbeißen. Okay, kommt schon, Leute. Eine Steindieferung noch. Oder am besten zwei. Das wäre nochmal tipptopp. Da wäre ich euch zutiefst verbunden. Und dann können wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich speichere jetzt nochmal hier. Okay, ist das jetzt Mission 24, 25? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von den Fahnen verloren hier. Machen wir es mal so. Dass ich das im ersten Trial hinkriegen könnte. Mal gucken. Die Hoffnung stirbt. Zuletzt. Aber sie stirbt. Ey. Ich habe wieder zu viele Männer hier oben. Ich habe das schon mal beobachtet. Wenn zu viele Leute im Weg stehen, dann können die nicht an das Belagerungsgerät dran gehen. So, die Steindieferung ist es. Der Apothekar, der kann gar nicht. Der kann hier nicht raus. Der kann aus irgendeinem Grund, kann der hier nicht raus. Ich muss den dann nochmal abbeißen, tatsächlich. Vielleicht muss ich den wirklich nochmal umbauen hier. So, egal. Jetzt aber erstmal der Turm. Nachrichten, die ich dann doch gerne höre, muss ich zugeben. So. Wie sollen die denn da jetzt rankommen? Da kommen sie jetzt nicht so einfach hoch. Ich baue mal die Apotheke hier rüber. So hier. Und dann mache ich zu. Okay. Nice. So, dann haben wir es jetzt. Jetzt ist die Burg fertig. Ist eine ganz interessante Variante geworden, wie ich finde. Aber hat durchaus, glaube ich, ihre Daseinsberechtigung. Und hier vorne ist dieser eine Zugang. Der is everything. Könnte ich noch eine Kapelle rein? Geil, Alter. Mache ich einfach mal so eine Burgkapelle? Das halte ich für angemessen. Ah, Mann. Ich muss die Steuern wieder erhöhen. Ich muss die Steuern mal wieder erhöhen. Ich kann das nicht bezahlen. So, mittlerweile haben wir jetzt so viele Einheiten hier. Dann könnte ich jetzt sogar hergehen und sagen, ich sammle mal hier eine Reserve. Die Armbrust schützen. Tja. Die verteile ich mal noch ein bisschen auf Türmen. Gut. Ja, dann kann der Wolf jetzt gerne kommen. Ich glaube, jetzt kriege ich ihn geschlagen. Egal, was da jetzt vom Wolf kommt. Das sollte ich jetzt eigentlich abgewehrt kriegen. Jetzt habe ich viele Steine. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Egal. Sammle ich die. Man kann ja nie wissen, wofür man mal Steine gebrauchen könnte. Ich könnte noch hergehen und nochmal ein bisschen hier die Käseproduktion nochmal erhöhen, dass wir vielleicht noch ein bisschen andere Nahrungsvarianz irgendwie reinbekommen. Auch wenn der Kornspeicher voll ist, aber den könnte ich auch noch ausbauen. Das würde immer noch gehen. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Oh ja, Holz ist ein Problem. Wobei, wir können Holz zum Glück immer wieder noch kaufen. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Wir könnten den Kornspeicher auch eigentlich hier drinnen jetzt bauen. Das würde jetzt eigentlich auch noch gehen. Was gibt's? Bewegt euch, Hunde! Kann ich die Nahrung verkaufen? Perfekt. Pass auf, dann wollen wir den Kornspeicher einfach da drinnen. Ist jetzt platztechnisch ein bisschen blöd, aber naja. Warte mal. Wir können den auch so hier mittig platzieren quasi. So. Ist besser. Da kommt man von jeder Seite ran. Eure Beliebtheit sinkt. So. Okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich glaube, jetzt unterm Strich ist es, glaube ich, schwer einzunehmen, das Ding. Ich glaube, jetzt müsste halt wirklich heftig viel kommen. Damit das Ding jetzt nochmal gefährlich wird. Aber ich will mich mal nicht zu weit aus der Fenster lehnern. Äh, lehnern. Aus der Lehnefenster. Wir benötigen mehr Holz. Meine ich natürlich. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. Eure Lordschaft. Die Beliebtheit steigt. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So, dann gehe ich jetzt mal kurz runter. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Wo ist der Apothekarius? Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Wolfs, die auf uns zumarschiert. Dann können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen die Festung dekorieren. Wie gesagt, wir lassen den einen Spalt hier vorne, um die Gegner da rein zu locken. Ich glaube, anders wird es brutal schwierig zu verteidigen. Sonst, deshalb würde ich es erstmal so machen. Es werden Rekruten benötigt sein. Bereits eure Lordschaft. Ich habe schon gelernt, dass das hier eure Beliebtheit steigt. Mit sehr harten Bandagen jetzt nur noch funktioniert, diese Kampagne. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein bisschen Wehmut und Reue gezeigt werden kann. Die Truppen des Wolfs greifen an. Wir können die Insel nicht halten, Sir. Wir müssen fliehen. Naja, warte mal. Also... Da laufen ziemlich viele ineinander. Ich sehe es schon. Junge, was ist hier los? Mal gucken. Jetzt wieder vom Süden, ne? Ja, also ich glaube schon, dass wir es abgewehrt kriegen. Es ging jetzt sehr lange ruhig zu. Also die haben jetzt schon sehr lange nicht angegriffen. Sehr, sehr lange nicht angegriffen. Achtung! Achtung! Und los! Wozu auch immer, ich hätte Leiternträger machen dürfen. Belagerungsgeräte werden sehr wahrscheinlich nicht bauen, weil es gibt ja einen direkten Zugang. Ist das schon Cheesing? Möglich. Aber ist mir egal, weil das Spiel empfiehlt das so. Und wenn das in den offiziellen Tipps so drin steht, werde ich das auch so machen. Nein, der hat eine Kuh erschossen. Bessie, sie liegt im Sterben. Noch eine Bessie. Nein, sie haben Frieda getötet. Ihr Schweine. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Das wird hart, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ja, das ist dann ein absolutes Todesloch für die. Und Gott sei Dank habe ich mir viele Armbrustschützen irgendwie zugelegt. Gott sei Dank habe ich viele Armbrustschützen. Die schießen die schon ab, bevor die überhaupt rankommen. Gott sei Dank. Das war jetzt relativ einfach noch. Ich glaube, das hier einzumauern ist eine ganz, gar nicht mal so blöde Idee. Ach so, ich kann da nicht bauen wegen dem Obstgarten. Na gut. Schnell bevor. Okay. Ja, einen Angriff wird es wohl noch geben. Einen Angriff wird es noch geben. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit der Burg. Die sieht ganz fancy aus. Ist jetzt kein absolutes architektonisches Meisterwerk, aber hässlich finde ich es jetzt auch nicht. So. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Naja. Okay. Oh, Nahrung sieht tatsächlich auch gerade nicht so gut aus. Ich gehe mal auf voller Ration runter. Ich glaube, Gold brauche ich jetzt eh gerade nicht mehr. Das sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus. Ich glaube, da kann jetzt wirklich kommen, was will. Also gut, außer diese eine riesige Rattenarmee in dieser einen Mission von der ersten Kampagne. Das war ein bisschen übertrieben, aber ich denke, dass wir das hinkriegen sollten. Egal, was da jetzt als nächstes kommt. Wie viele Harnische. Oh, warte mal. Hier ist ja auch noch ein Zugang, sehe ich gerade. Ach, shit. Stimmt. Das ist ja auch noch ein geheimer Zugang hier hinten. Also, geheim in Anführungszeichen. Aber interessant. Ich glaube, den baue ich mal zu. Ich glaube, den will ich da nicht haben. Was gibt's? Der eine hier vorne reicht mir eigentlich schon. Und wenn die Steine jetzt eine Weile laufen müssen, um abzugeben, ist es jetzt egal. Jetzt bin ich eh nicht mehr auf Steine angewiesen. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht das jetzt noch. So. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer des Wolfs wird bald hier eintreffen. Ja. Ich bin gespannt. Er schlägt die Trommel. Er bläst das Horn. Er ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wollen wir kurz die Steuern, äh, die Ration verdoppeln. Ja, hier ist der Apothekats-Bas. Was? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das Volk liebt euch, mal Lord. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Die Truppen des Wolfs greifen an. Von da oben. Okay. Und nicht von unten? Nee, das ist eine reine... ...nördliche Truppe jetzt. Also, das ist jetzt der letzte finale Angriff. Jetzt bin ich excited. Und jetzt bin ich auch mal gewillt zu sagen, wir bemannen jetzt auch mal die Mauer hier vorne. Und da ist eine schöne... ...Front hier zu bilden. Okay. Na dann, Wolf. Zeig mir deine Schleudern und Pfeile. Deine Rüstungen und, äh, Piken und Schwerter hast du mir ja schon gezeigt. Baut ihr Belagungsgräte? Nee, baut keiner. Das ist jetzt halt wirklich gut. Er muss jetzt wirklich einmal komplett um die Bucht rum rumlaufen, um in den Eingang reinzukommen. Was wünscht ihr? Das wird jetzt ein Hagelfeuer geben auf diesem Fluss. Oh, Junge, die sterben wie die Fliegen, ey. Wahnsinn. Die gehen da jetzt drauf, wie die Fliegen. Wieso schickt er denn die Baumeister vor? Was hat er denn mit den Baumeistern vor? Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird nicht mal so weit kommen, dass meine Streitkommenkämpfer kämpfen müssen. Ich glaube, die werden schon vorher alle abgeschossen werden. Dieser Fluss ist einfach... Der müsste sich jetzt komplett rot färben schon. Dass überhaupt welche durchgekommen sind, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Naja, okay. Ein paar kommen doch durch. Nevermind. Aber es wird einfach nicht reichen. Nee, nee. Nicht aggressiv. Bewegt euch, Hunde. Okay. Das war... Ich muss zugeben, das war eine recht dankbare Mission. Also da hatte ich schon echt Schlimmeres befürchtet, muss ich sagen. Das war wirklich ziemlich dankbar. Das hätte auch echt sehr viel schlimmer ausgehen können. Aber das ging jetzt ja noch. Sehr, sehr dankbare Mission. Und ich würde sagen, wir haben auch eine echt stabile Festung gebaut. Also so vom Look her und von der Verteidigung her ganz, ganz in Ordnung. Na kommt, Jungs. Lasst euch in die Arme nehmen. Die Arme meiner Armbrust schützen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Und die denken sich so, warum bin ich mitgekommen? Gibt ja eh nix zu bauen hier. Okay, die wollen nicht abhauen. Okay, das lässt sich... Ah, okay. Ich wollte schon die Streitkommung und Kämpfer losschicken, um Kriegsverbrechen zu begehen. Okay. Warum? Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Aber gut. Ja, das war Mission 4. Ich danke an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.